Das ist der Favorit auf den Titel, der fünftbeste U18-Athlet Europas, 15,15 Meter, bereits gesprungen, Naim in Gemning, vom VfL Weiblingen aus Württemberg und das ist sein erster Versuch. Und direkt weit raus, der derzeit führende Max-Ole Klobasa, ganz interessant, 14,34, genau die Weite, mit der er angereist ist, der hier eben gesprungen ist, ist aber auch schon über 14,50 Meter gesprungen und wir warten auf das Ergebnis von Weiblingener. Dann haben wir es, 14,94 Meter.